Allgemeine E-Learning-Didaktik Lernen mit Software ist nicht automatisch effizient. Im Gegenteil, am Anfang steht meist ein zusätzlicher Aufwand, welcher wieder hereingeholt werden muss. Computer müssen hochgefahren werden, Unterricht muss organisiert werden, Programme müssen installiert, gestartet und konfiguriert werden. Kostet dieser Aufwand in der Stunde 5 Minuten, fehlen schon 10% der Unterrichtszeit. Dieser Zeitaufwand muss von der Lehrperson in der Planung berücksichtigt werden. Computeranwendungen wie Programmieren, Softwareinstallation oder eben Tastaturschreiben am Computer müssen diese Frage der Effizienz aber kaum beantworten, da hier der Computer selbstverständlich Werkzeug ist. Abbildung von Unterricht im E-Learning Wenn ein Lernprogramm Unterricht unterstützen will, dann muss es sich selbst in das Reglement von Unterricht einfügen. Nur weil jemand in einer Klasse einen Computer einschaltet, entsteht nicht plötzlich und vollautomatisch eine neue Lernkultur, die vorhandene Rahmenbedingungen und Regeln einfach abschafft. Ein Beispiel, das ich gerne mit Studierenden durchführe. Eine Studentin wird gebeten, ein Pferd zu zeichnen. Nach Abschluss der Arbeit, schnell und schön natürlich, wird die Zeichnung von mir eingesammelt, zerknüllt und in den Papierkorb geworfen. Anschließend bitte ich die Studierende, erneut ein Pferd zu zeichnen. Das klappt normalerweise immerhin zwei bis drei Mal. Die Qualität der Zeichnung nimmt entgegen dem Verständnis von Kompetenzgewinn durch Übung allerdings ab. Für uns als Lehrpersonen ist der Fall klar, hier fehlt irgendeine Form der Rückmeldung. Das könnte eine Note sein, ein wertschätzender Satz, der Aushang der Zeichnung oder irgendein anderes Konzept. Das tolle Werk an sich könnte auch Motivation für die Lernenden sein. In unserer Schulkultur stellt das aber Schülerinnen und Schüler selten zufrieden. Wir kennen diesen Effekt auch, wenn die Hausübungen oder ähnliches nicht korrigiert werden. In weiterer Folge nimmt die Qualität der Hausübungen immer weiter ab. Den gleichen Effekt finden wir bei Lernprogrammen, bei denen die Lehrperson keine Kenntnis der Lernarbeit hat und es keine entsprechende menschliche Rückmeldung gibt. Auch Lernprogramme am Computer müssen zentrale Elemente von Unterricht abbilden. Automatische Rückmeldungen funktionieren aber nicht. Wir brauchen Lernsysteme, die auch die Rolle der Lehrperson berücksichtigen und sie unterstützen. Die Rolle des Computers im Unterricht Der Computer sollte jene Aufgaben erledigen, die er gut beherrscht. Computer können gut mit Daten umgehen und im Fall von Tastaturschreiben Fehler erkennen. Diese Fehler sollen in aufbereiteter und gut erkennbarer Form Lehrenden und Lernenden zur Verfügung gestellt werden, damit diese während des Lernens erkennen, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Das entlastet die Lehrpersonen und damit können sie förderorientiert begleiten, sowie formativ beurteilen und rückmelden. Lernen am Computer mit Lernspielen Lernen findet auch im 21. Jahrhundert ausschließlich im Kopf statt. Wer etwas lernen möchte, muss dafür Anstrengungen unternehmen. Lernarbeit am Computer wird vielfach als Spiel betrachtet. Insgesamt mag es verwundern, ist aber dennoch eine Tatsache, dass im schulischen Unterricht kaum ein reines Spielen zum Lernerfolg geführt hat. Wenn Sie sich fragen, welche schulischen Inhalte Sie nur mit einem Spiel lernen konnten, wird das wohl kaum ein Prozent Ihres gesamten Wissens ausmachen. Lernprogramme sollten daher eher versuchen, Lernende zu unterstützen, als so zu tun, als ob sie ein Spiel wären. Lernspiele können Teile von Lernprogrammen sein, welche als Belohnung eingesetzt werden und auf diese Weise eine gewisse Wirkung haben können. Ein Lernprogramm bringt dann einen Mehrwert, wenn es entscheidende Faktoren von Unterricht abbildet und ohne großen Aufwand verfügbar ist, in der Schule, zu Hause, ohne Installation, plattformunabhängig. Wenn Computer genau das machen, was sie gut können, dann können sie ihren Mehrwert entfalten. Sie können sehr gut Daten speichern, Daten bereitstellen und Daten verarbeiten. Das bedeutet für Typewriter, dass die Grundlagen für individualisiertes Lernen gegeben sind und die Lehrperson mit Hilfe unterschiedlicher Auswertungstools den Lernstand aller Schülerinnen und Schüler schnell überblicken kann. Spielerische Elemente als Update zum herkömmlichen Unterricht Gamification bezeichnet die Ausstattung seriöser Szenarien mit spielerischen Elementen. Beispiele dafür sind Sammelpunkte im Supermarkt oder Sticker und Stempel für besondere Leistungen im Hausübungsheft. Es hat sich gezeigt, dass ein beträchtlicher Teil der Kinder tatsächlich wegen solcher Spielelemente mehr leistet. Außerdem hat sich gezeigt, dass Kinder sich schlichtweg darüber freuen. Individualisierung und differenzierter Unterricht Ein wichtiger Aspekt der E-Learning-Didaktik ist die Differenzierung und individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. Durch den Einsatz von Lernsoftware kann die Begleitarbeit der Lehrperson unterstützt und erweitert werden. Individuelle Förderung wird dadurch möglich, dass Lernsoftware den unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder gerecht wird. Schwächere und leistungsfähigere Schülerinnen und Schüler können so ihrem eigenen Lerntempo und Lernpfad folgen, ohne überfordert oder unterfordert zu werden. Gute Lernsoftware bietet der Lehrperson differenzierte Informationen über den Lernfortschritt und die Schwierigkeiten der einzelnen Kinder. Dies ermöglicht eine gezielte individuelle Förderung. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Kind auf seinem individuellen Leistungsniveau arbeiten kann. Die Lehrperson wird entlastet und kann sich auf die pädagogisch wichtige Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern konzentrieren. Die Kombination aus technischer Unterstützung und pädagogischer Begleitung kann ein optimales Lernumfeld schaffen, in dem die Kinder ihr Potenzial bestmöglich entfalten können. Somit bietet Typewriter ein didaktisches Setting, das individualisiertes Lernen möglich macht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020